Servus Leute und willkommen zurück bei der Shisha WG. Eine weitere Pfeife ist auf den Markt gekommen, sie ist schon ein paar Tage auf dem Markt, heute aber endlich im Review, die X-Hooker Division Nano. Nano lässt darauf schließen, dass es mal was Größeres gab und das ist auch so, die Division Nano ist die kleinere Variante der Division. Und das Gerät hier, das war die Division. Die Division war eine sehr coole Pfeife mit einem einzigartigen Teller-Blow-Off, beziehungsweise nicht ganz einzigartig, es gab das schon mal in Russland bei der Hawk Hooker. Aber das gab es nicht bei einer schönen, gut verarbeiteten deutschen Pfeife. Und da kam dann die Division. Die Division hatte für mich ein Problem und das war einfach ihre schiere Größe und das Gewicht. Also ich fand die Pfeife wirklich zu groß und zu schwer. Und jetzt gibt es die Division Nano. Und ihr wisst ja, dass ich tendenziell eh eher auf kleinere Pfeifen stehe, weil die einfach handlicher sind, das macht sich besser auf dem Schreibtisch, beim Zocken nebenbei, beim Arbeiten nebenbei, auf dem Couchtisch steht die nicht immer im Bild und so weiter. Und da kommt jetzt eben die Division Nano rein. Bevor wir ins richtige Review einsteigen, würde ich sagen, ich zeige euch nochmal ein paar Cinematic-Aufnahmen von der Division. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, die Cinematics habt ihr gesehen, auch schon einige von den Blows, aber ich würde sagen, wir starten erstmal noch mit ein paar Eckdaten. Die Pfeife ist nochmal ein kleines Stückchen kleiner als die Breeze 2, was größtenteils auf die Bowl geht. Ich würde sagen, die Pfeife hat ungefähr bis zum Kopf, war da so 36, 35 Zentimeter. Pi mal Daumen. Das heißt, sie ist nochmal ein Stückchen kleiner, was wie gesagt größtenteils auf die Bowl zurückzuführen ist. Die Pfeife kostet 150 Euro, ist komplett aus V2er Edelstahl bis auf das mitgelieferte Mundstück. Das ist aus Alu. Ich finde das Mundstück ehrlich gesagt jetzt nicht hässlich, ich finde es aber auch nicht schön. Vor allem mag ich aber Alu-Mundstücke nicht so gern und auch dieser Nöppel hier vorne, der da dran ist. Weiß nicht, das Standard-Mundstück. Ich finde es nicht so cool, wenn ihr sagt, doch, das ist, keine Ahnung, das erinnert auch so ein bisschen an die Optik von der Division, ich würde das benutzen. Könnt ihr auf jeden Fall machen. Schlauch und Mundstück sind mit dabei. Und das Ganze dann eben in einem Set für 150 Euro ist auf jeden Fall schon mal kein schlechter Preis. Die Breeze kostet nur mit dem Mundstück dabei 150 Euro. Die Penta von Vyro kostet 135 Euro, ist aber kein Schlauch und kein Mundstück dabei. Das heißt, Pi mal Daumen, finde ich, spielen diese drei Pfeifen alle in derselben Preiskategorie. Die Division Nano hat aber nicht nur einen Schlauch und ein Mundstück, sondern auch noch einen dritten Teller dabei. Das habt ihr ja eben schon in den Cinematics gesehen und das zeige ich euch auch nochmal bei den verschiedenen Blow-Off-Varianten. Dieser dritte Teller ist mit dabei, damit ihr eben noch mehr Möglichkeiten habt, den Blow-Off ein bisschen umzustecken. Bei dem Blow-Off muss man auch dazu sagen, es sollen noch weitere kommen, es sollen auch noch viele weitere Sleeves kommen. Im Moment gibt es nur das normale Edelstahl-Sleeve und es sollen auch noch Exclusive Bowls, also von Cesar Glas gefertigte Premium Bowls für die Pfeife kommen. So, und nach den paar Eckdaten würde ich sagen, hangeln wir uns mal ganz normal an unseren Review-Punkten entlang. Angefangen mit der Verarbeitung. Bei der Verarbeitung muss ich sagen, die Main-Teile, die Hauptparts von dieser Pfeife sind sehr schön verarbeitet. Mir sind aber zwei, drei Kleinigkeiten aufgefallen, die mir jetzt nicht so gut gefallen. Der erste Punkt wäre der Schlauchanschluss. Am Schlauchanschluss haben wir zwei O-Ringe. Die Bohrung, wo der Schlauchanschluss dann reingesteckt wird, ist aber deutlich größer, was dafür sorgt, dass er ein bisschen rumwackelt. Das stört jetzt beim Rauchen der Pfeife ehrlich gesagt nicht, macht aber nicht so einen hochwertigen Eindruck, wenn man da jetzt hingehen kann und den hier die ganze Zeit rumwackeln kann. Er ist mir aber nie rausgerutscht, er hat immer gehalten, er ging immer einfach rein. Von der Funktion her ist er also uneingeschränkt. Man hätte es nur aus so einem Design-Aspekt her noch ein bisschen schöner machen können, finde ich. Da muss ich zum Beispiel sagen, der von der Breeze 2 mit dem einen O-Ring und diesem Schliffsystem gefällt mir besser und auch bei der Penta mit dem Stift ist das auch ein bisschen schöner. Das andere, was mir aufgefallen ist, manche Wandstärken sind sehr, sehr dünn. Wir haben zwar komplett Edelstahl an der Pfeife, aber sowohl beim Tauchrohr, beim Diffusor, als auch bei der innenliegenden Rauchsäule, wir haben ja ein Sleeve-System, sind die Wandstärken sehr, sehr niedrig. Das heißt, du hast das Teil in der Hand und du merkst, das ist verdammt leicht. So leicht, dass ich mich am Anfang gefragt habe, ob es nicht vielleicht Aluminium ist. Habe aber nachgefragt, ist alles Edelstahl. Auch das. Es macht jetzt nicht den hochwertigen Eindruck, wenn man ein relativ leichtes Tauchrohr, eine leichte Rauchsäule oder einen leichten Diffusor in der Hand hat. Stört das im Alltag auf keinen Fall. Abgesehen von den paar Kritikpunkten habe ich aber keine Kratzer. Die Base ist super schön verarbeitet. Das Glas von der Pfeife ist super schön. Ich hatte keine Blasen drin. Ich finde die kleine Bowl auch sehr, sehr schön. Es ist wirklich eine Mini-Bowl. Und wenn einem die Bowl nicht gefällt, ist es ja eine Steckpfeife. Das heißt, man kann sich alle möglichen kleinen Bowls mit dazukaufen, wie einem das dann eben passt. Auch am Teller, wenn man da mit dem Finger drüber geht, merkt man, das wurde zwar entgratet, das ist jetzt aber nicht auf dem Niveau von einer Iren oder so. Aber klar, wir reden halt auch über eine Pfeife, die halt 150 Euro kostet und nicht 260 Euro aufwärts. Man hat auf jeden Fall niemals das Gefühl, dass man sich hier dran schneiden könnte oder dass das super billig verarbeitet wurde. All in all würde ich sagen, die Qualität der Pfeife sehr gut, mit ein paar kleinen Einschränkungen, die aber gerade beim Rauchen und bei der alltäglichen Nutzung einfach keinerlei negative Punkte mit sich bringen. Der nächste Punkt auf unserer Liste, die Optik bzw. das Design der Pfeife. Und wie immer, das ist subjektiv, die Pfeife muss euch gefallen. Ich kann euch nur sagen, was ich an der Pfeife schön finde oder weniger schön finde. Angefangen mit dem Grunddesign von der Pfeife, das finde ich sehr, sehr nice. Das ist eine schön kompakte Pfeife, eine schön kleine Pfeife, was ich echt sehr schön finde. Das Einzige, was mir an der Pfeife nicht so gut gefällt, ist, dass der Teller relativ groß ist. Also ich finde, es wirkt immer am schönsten, wenn der Tellerdurchmesser oder Radius dasselbe ist wie von der Bowl. Das heißt, Bowlradius oder Durchmesser, wie auch immer, sollte der gleiche sein wie bei dem Teller. Der außenliegende Teller ist aber deutlich größer. Und ich finde, er wirkt so ein klitzekleines bisschen zu groß für die Pfeife. Das ist aber auch schon eigentlich der einzige Kritikpunkt, den ich bei der Optik anbringen kann. Die Base ist sehr, sehr schön designt. Ich finde das Sleeve super schön. Ich habe ja schon bei der Division gesagt, ich mag es sehr gerne. Die war mir einfach nur ein bisschen zu groß, ein bisschen zu lang gezogen. Das finde ich hier deutlich schöner. Mit der kleinen Minibowl finde ich auch sehr, sehr nice. Also all in all, Optik sehr, sehr geil. Das Einzige, was ich vielleicht ein kleines bisschen anders gemacht hätte, wäre, den Teller etwas kleiner zu machen. Und wo wir bei der Optik sind, müssen wir natürlich auch über einen Faktor reden. Und zwar die Blow-Offs. Standardmäßig ist der Blow-Off so, wie ich ihn jetzt gerade habe. Das heißt, man nimmt den großen Teller mit den Bohrungen, packt ihn unten drauf, dann diesen Zwischenring und dann den kleinen Teller nochmal oben drauf. Aber, wie gesagt, wir haben hier diesen dritten Teller dabei. Und das heißt, wir können ein bisschen rumspielen. Der Teller, der unten die Bohrungen drin hat, muss auf jeden Fall immer der untere Teller sein. Man kann ihn entweder mit der Wölbung nach oben oder mit der Wölbung nach unten drauf packen. Und oben kann man sich dann entweder entscheiden, ob man den kleinen Teller nimmt oder den etwas größeren. Der kleine ist übrigens flach, der andere hat auch wieder eine Wölbung. Da kann man dann ein bisschen rumspielen. Ich habe euch ja schon ein paar Aufnahmen gezeigt. Ihr seht sie auch nebenbei noch. Man kann da ein bisschen rumspielen. Vielleicht gibt es sogar noch mehr Blow-Offs, die ich jetzt nicht rausgefunden habe. Und was man auch noch dazu sagen muss, es sollen auch noch weitere Blow-Off-Systeme kommen. Also nicht nur andere Sleeves und andere Bowls, die kommen sollen, sondern es soll auch noch die Möglichkeit geben, andere Blow-Offs zu benutzen. Was das dann ist und wie gut die werden und wann die kommen, das weiß ich halt zu dem jetzigen Zeitpunkt nicht. Deswegen bleiben wir heute bei der Bewertung bei den Blow-Offs, die wir so eben gesehen haben, die wir so schon bauen können. Vielleicht habe ich sogar da noch einen vergessen. Bei der KI werden ja teilweise auch noch neue Blow-Offs gefunden und so weiter. Das heißt, die paar, die ich hier habe, da sind einige dabei, die sehe ich nur als Spielerei an. Also diesen unteren Teller andersrum montieren, dass die Wölbung nach unten geht, finde ich persönlich super hässlich. Würde ich niemals so bei mir auf den Tisch stellen. Aber vielleicht findet es der eine oder andere geil und kann das dann auf jeden Fall machen. Für mich gibt es eigentlich nur die Option, den gewölbten Teller ohne einen weiteren Teller zu benutzen, sodass der Blow-Off am Kopf entlang geht. Das sieht sehr, sehr cool aus. Oder den flachen oder den gewölbten Teller oben noch drauf. Das heißt, für mich gibt es eigentlich drei schöne Blow-Offs, die die Pfeife hat. Die anderen sehe ich mehr als Spielerei an, die ich ehrlich gesagt einfach niemals benutzen würde. Weil, also für mich sieht das einfach doof aus. Aber wie gesagt, das muss jeder selber wissen. Aber es gibt auf jeden Fall einige Blow-Off-Varianten. Es sollen noch mehr kommen. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr nice. Und den Teller-Blow-Off zeige ich euch jetzt nochmal. Ich finde ihn sehr, sehr nice. Das sieht halt schon einfach lecker aus. Also die Teller-Blow-Offs sind nicht ohne Grund so beliebt. Nicht ohne Grund gibt es immer mehr Pfeifen, die so einen Teller-Blow-Off mitbringen. Sieht einfach geil aus. Und wo wir bei den Blow-Offs sind, können wir jetzt den fließenden Übergang zum Rauchverhalten machen. Und fangen da auch einfach direkt mal mit dem Blow-Off an. Der geht extrem einfach. Also für ein modulares System mit mehreren Blow-Offs und einem Teller-Blow-Off. Ich meine, ihr müsst euch überlegen. Der Rauch muss komplett durch den Sleeve gedrückt werden. Dann durch kleine Bohrungen in dem Teller. Und dann unter dem zweiten Teller raus. Bis er endlich dann wirklich rauskommt. Und dafür geht der Teller-Blow-Off wirklich sehr, sehr einfach. Was mir echt gut gefällt. Es geht deutlich einfacher als bei der Breeze. Und auch viel einfacher als bei der Hawl-Cooker. Plus auch ein bisschen einfacher als bei der ersten Division, die ich euch vorhin schon gezeigt habe. So, abgesehen von dem Blow-Off-Rauchverhalten, wie ist der Durchzug und der Anzug? Über einen Anzug muss man bei so einer kleinen Pfeife eigentlich nicht reden. Der ist brachial. Also die ist sofort da. Das hat eine sehr, sehr direkte Charakteristik. Das fühlt sich sehr, sehr gut an beim Ziehen. Durchzug würde ich sagen, ist die Pfeife auch nice. Ich würde sie relativ gleich auch mit der Breeze 2 stellen. Ich habe den Wasserstand ganz knapp über den Diffusor. Ich habe die Pfeife auch schon ohne Diffusor geraucht. Das ist allerdings dann ein bisschen problematisch bei der kleinen Bowl. Da ist mir ab und zu mal ein Tröpfchen Wasser in den Schlauch gekommen. Ich würde empfehlen, die Pfeife nur mit dem Diffusor zu rauchen und nicht ohne. Man kann den Diffusor auch nicht umdrehen. Bei der Breeze ist es ja so, wenn man den Diffusor umdreht, dann wird das Tauchrohr noch ein Stück verlängert. Und man kann den Wasserstand niedriger machen, was dieses höhere Blubbern ohne Diffusor so ein bisschen ausgleicht. Das funktioniert bei der Division Nano leider nicht. Das heißt, wenn ihr den Diffusor abmacht, müsst ihr noch mehr Wasser reinmachen. Dann kommt das Blubbern oben drauf plus die kleinere Bowl, sorgt eben dafür, dass man ab und zu ein bisschen Wasser in den Schlauch kriegt. Finde ich persönlich nicht schlimm. Ich rauche Pfeifen eh sehr, sehr gerne mit dem Diffusor. Bei mir ist der eigentlich die ganze Zeit dran. Und dann hätte ich keine Probleme damit, irgendwie Wasser zu ziehen oder so. Also abschließendes Fazit zu der Division Nano. Bis auf absolute Kleinigkeiten bei der Verarbeitung ist es eine sehr, sehr schöne Pfeife geworden. 150 Euro in einem Komplettset mit einem Schlauch, mit einem Mundstück, mit den drei Tellern für die verschiedenen Blowoffs. Mit der Upgrade-Option später auf mehr Sleeves, mehr Bowls, mehr Blowoffs. Ein sehr, sehr nices Paket. Ich würde der Pfeife auf jeden Fall das SWG Gütesiegel geben. Ich bin sehr zufrieden mit. Ich rauche sie echt gerne. Und für mich war es genau das, was ich von der Division schon wollte. Eine kleinere Pfeife, die etwas handlicher ist, die noch ein bisschen kompakter ist. Mir gefällt sie sehr, sehr gut. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, was ihr über die Pfeife denkt. Falls ihr schon eine habt, schreibt auch gerne mal dazu, wie die euch gefällt. Ob sie euch gefällt, was euch besonders gut gefällt. Warum ihr sie genommen habt, anstatt einer Penta, einer Breeze oder einer KFS. Ansonsten, falls es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Abo dalassen. Da würde ich mich drüber freuen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha-WG.